Ich habe vor kurzem diese Nachricht bekommen. Liebe Alita, was bedeutet eigentlich in diesem Beispiel? Was hast du heute eigentlich vor? Kannst du das bitte erklären? Natürlich kann ich das. Vielleicht hast du auch schon mal solche Wörter gehört oder gesehen und dich gefragt, was sie bedeuten können. Zum Beispiel, du sprichst aber gut Deutsch. Was bedeutet hier aber? Oder, das Eis ist ja lecker. Was bedeutet hier ja? Wenn du das wissen möchtest, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Wir fangen gleich an. Solche Wörter wie ja, eigentlich, bloß, denn, aber nennt man Redepartikeln. Sie tragen eine emotionale Bedeutung. Das heißt, die Sprache ohne Partikeln klingt eher neutral und mit Partikeln emotional. Heute lernst du, welche Emotionen die Partikel mitteilen können. Los geht's! Wir starten mit den Partikeln, die Überraschung wiedergeben. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel ja, aber, vielleicht. Stell dir vor, du hast fleißig Deutsch gelernt und nun sprichst du sehr gut Deutsch. Ein Freund von dir hört dich sprechen und sagt, du sprichst aber gut Deutsch. Dein Freund ist überrascht. Er hat das nicht erwartet. Aber betont hier seine Überraschung. Noch ein Beispiel. Stell dir vor, du gehst in ein Lokal und bestellst Knödel. Sie schmecken so gut. Du hast solche leckeren Knödel noch nie in deinem Leben gegessen. Dann kannst du sagen, diese Knödel sind ja lecker. Die Partikel ja verstärkt hier deine positive Überraschung. Noch ein Beispiel. Stell dir vor, du gehst in einen Supermarkt und triffst dort eine Freundin, die du schon seit Monaten nicht gesehen hast. Sie war zufällig in der Nähe und musste was im Supermarkt kaufen. Dann kannst du sagen, hallo, das ist vielleicht ein Zufall. Vielleicht verstärkt hier deine Überraschung. Weiter geht's mit der Gruppe Nummer zwei. Vorsichtig und freundlich etwas fragen. Wenn man etwas vorsichtig und freundlich fragen möchte, kann man folgende Partikel benutzen. Denn eigentlich. Zum Beispiel. Angenommen, du möchtest wissen, welche Sprachen eine Person spricht. Du könntest fragen, welche Sprachen sprichst du denn? Oder du triffst jemanden zum ersten Mal und möchtest wissen, woher er kommt. Du könntest vorsichtig fragen, woher kommst du eigentlich? Oder du bist neugierig, was deine Tochter in deinem Arbeitszimmer macht. Du könntest fragen, was machst du hier eigentlich? Weiter geht's mit Verärgerung. Hier kann man folgende Partikel benutzen. Doch, jawohl. Stell dir vor, du bist Vegetarier oder Vegetarierin. Dein bester Freund weiß das und bietet dir trotzdem Fleisch an. Du kannst empört sagen, ich esse doch kein Fleisch. Das weißt du doch. Doch betont hier, dass du verärgert bist. Noch ein Beispiel. Jemand macht einen schlechten Witz über dich. Du könntest verärgert sagen, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Oder, das ist doch nicht dein Ernst. Nummer vier. Wenn du jemandem sagen möchtest, dass etwas für dich okay ist, kannst du das Wort ruhig benutzen. Zum Beispiel. Das letzte Stück Torte kannst du ruhig essen. Wenn ich das sage, heißt das, dass es für mich kein Problem ist, wenn du das letzte Stück Torte isst. Noch ein Beispiel. Darf ich deinen Laptop benutzen? Mach ruhig. Das heißt, ich habe absolut kein Problem damit, wenn die Person meinen Laptop benutzt. Und Nummer fünf. Wenn man Ratlosigkeit und Verzweiflung betonen möchte, kann man die Partikel bloß benutzen. Stell dir vor, du bist am Flughafen und wartest auf deinen Flug. Plötzlich kommt die Meldung, dass der Flug ausfällt. Du weißt nicht, was du machen sollst, denn die ganze Reise ist schon geplant und bezahlt. Was soll ich bloß tun? Bloß betont hier deine Verzweiflung. Du weißt nicht weiter, du bist ratlos, du hast keine Idee, was du in dieser Situation machen kannst. Oder du bist verliebt, weißt aber nicht, wie du die Person ansprechen kannst. Wie spreche ich ihn bloß an? Oder wie spreche ich sie bloß an? Zum Schluss möchte ich dir Folgendes sagen. Denk daran, dass der Kontext eine große Rolle spielt. Die Redepartikeln in unterschiedlichen Kontexten können unterschiedliche Bedeutungen haben. So, wir sind schon am Ende des Videos. Wenn du alle Beispiele aus diesem Video haben möchtest, lade mein PDF herunter. Den Link findest du in meinem ersten Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!